Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum Ersteindruck der Serie Agatha. All Along, der aktuellen MCU-Serie startend bei Disney+. Startend bedeutet, dass ihr diese Serie ab dem 19. September mit den ersten beiden Folgen auf Disney+. Streamen könnt, danach geht es wöchentlich weiter und ganz am Ende kriegt ihr noch die letzten beiden Episoden nochmal als großes Finale gebündelt. Ja, Agatha, die kennen wir, wenn wir nämlich WandaVision geguckt haben. Wieso, weshalb, warum, worum es geht und so weiter, das klären wir jetzt. Ich begrüße damit erstmal herzlich hier bei mir an der Seite meine beiden Kräuterhexen vom Tele-Stammtisch. Moinsen, Heiko, Moinsen, Maurice. Hex, Hex. Hallo. Oh mein Gott, ich wollte auch Hex, Hex sagen. Mann. Jinx. Die Bibi-Bloxberg-Vergleiche drängen sich echt ein bisschen auf. Lieber Heiko, du hattest gerade noch rausgekriegt, wann auch das Finale ausgestrahlt wird. Wann war das nochmal? Am 30. September? Oktober, natürlich. Ja, natürlich, ist ja eine Halloween-Serie. Ergibt Sinn. Ja, auf jeden Fall. Voll schmarrt. Das hier ist ja eigentlich, wir haben uns nichts vor, ne? Ja klar, wir nennen es jetzt Ersteindruck und so und wir hatten die ersten Episoden der Staffel vorab, wir konnten es alles anschauen und eben werden wir jetzt hier auch unseren spoilerfreien Ersteindruck formulieren, beziehungsweise nur auf Inhalte eingehen, die wir in den ersten beiden Episoden bereits präsentiert bekommen. Das heißt, nicht großartig über die Inhalte aus Folge 3 und 4 spekulieren, aber eigentlich ist das ja bloß Werbung für das eigentliche Großprojekt, das wir drei Jungs zusammen gestartet haben, denn wir machen auch richtig nice Recaps zu einer anderen Serie, Maurice. Was ist das für eine Serie? Erzähl mal. Ich weiß nicht, ob uns die Anwälte von Disney erschießen, wenn ich das jetzt sage, aber wir besprechen die neue, megacoole DC-Serie The Penguin. Jede Folge einzeln und sehr ausführlich und voller Emotion. Und vor allem voller Hintergrundwissen über Batman, Comic-Einordnung und ja, jedes kleine Fitzelchen an Batman-Lore, das wir aus dieser Serie rauswringen können, ja, wringen wir raus und wringen es direkt in eure Ohren. Es ist auf jeden Fall eine Menge dabei, so viel kann man sagen. Wir haben die auch ganz schön vorproduziert, wir hatten auch die ersten fünf Episoden hier vorab und wie es uns gefallen hat, das kriegt ihr halt einfach mal selber raus. Indem ihr die Recaps hört, ihr könnt gerne auf Social Media auch immer allen Menschen folgen, die man so folgt und die man so kennt, wie und wo genau, da schaut gerne mal in die Shownotes rein. Da findet ihr nämlich auch noch Informationen zu Maurice und zu Heiko und wenn ihr dem Telestaptisch folgt, was ihr natürlich schon tut, dann wisst ihr auch bereits, wie es mir gefallen hat. Und nun starten wir in die Besprechung von Agatha All Along. Wie gesagt, es ist ein Spoiler-freier Ersteindruck der ersten beiden Folgen und dazu müssten wir uns vielleicht mal über den Inhalt unterhalten. Lieber Heiko, du bist der Experte für den Inhalt. Vielleicht erzähl mal, worum geht's eigentlich? Das ist eine gute Frage und tatsächlich musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken, weil Agatha All Along kommt jetzt drei Jahre nach WandaVision. Wir erinnern uns, WandaVision war damals die Serie, mit der Disney Plus gestartet ist, mit der die ganzen Marvel-MCU-Serien gestartet sind. Das war der große Aufschlag und in WandaVision, da ist ja auch Agatha zum ersten Mal vorgekommen. Ich weiß nicht, jetzt kommt die Serie drei Jahre später, im Endeffekt das Spin-Off dazu und ich war erst mal überrascht, dass es keinen Recap am Anfang gab, weil ich wusste nicht mehr genau, wie WandaVision aufgehört hat. Soll ich das nochmal ganz kurz, ich hab da natürlich nochmal in die Folgen reingeguckt, vielleicht soll ich das erst nochmal vorweg schicken, bevor wir über Agatha All Along sprechen, weil es ist schon nicht unbedeutend so für die Chronologie. Na klar, auf geht's, ich sag, Wissenschaft und so. Ja, außerdem ist es ja auch nochmal, glaube ich, wichtig, dass sogar du auch noch Doctor Strange 2 spoilerst, weil das ja auch noch wichtig ist. Also es ist ein Plätterer an Background-Infos, die die Serie einfach ignoriert und einfach sagt, wisst ihr was, ihr mochtet Agatha so gerne, hier ist einfach eine Serie, damit, ob ihr euch noch daran erinnert, was passiert ist, scheiß drauf. Aber wir haben nicht drauf geschissen, High Court hat alles recherchiert. Alles, naja, in Wirklichkeit hab ich in die letzten drei Folgen von WandaVision nochmal reingeguckt und so durchgeskippt, um die Agatha-Bizzo zu schauen. Aber ich erklär's euch gern nochmal. Also, WandaVision, vor drei Jahren. Wanda Maximoff, bekannt als die Scarlet Witch, landet im wunderschönen Örtchen Westview. Dabei hat sie den, glaube ich, toten Leib ihres Ex-Boyfriends, The Vision und im Endeffekt hat sie so eine Art magischen Nervenzusammenbruch. Sie erschafft eine ganze Stadt, beziehungsweise sie bringt diese Stadt unter ihren Bann und alle müssen ihre Kindheitserlebnisse, die hauptsächlich aus Sitcoms verschiedener Jahrzehnte bestehen, durchleben. Das heißt, alle Leute, die dort in dieser kleinen Stadt gewohnt haben, werden plötzlich in irgendwelche Rollen gezwängt. Und es war eine tolle Serie. Wenn ihr sie nicht mehr auf dem Schirm habt, guckt sie nochmal. Ich hab reingeguckt und dachte, ja, die sieht richtig toll aus, die hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben da irgendwie jede Menge Parodien von Sitcoms durchlebt. Also, Wanda hat eine Nachbarin, Agnes, die ist ziemlich nosy, die steckt immer ihre Nase in alle ihrer Angelegenheiten rein. Und im Laufe der Serie merken wir, Agnes ist nicht so unschuldig, wie sie am Anfang tut. Sie ist nämlich die Oberhexe Agatha Harkness. Und Agatha wurde angelockt von Wandas Macht. Sie hat sich da im Endeffekt wie so eine Zecke reingezeckt und hat dieses Spiel mitgespielt, was Wanda da inszeniert hat. Aber in Wirklichkeit geht es ihr darum, dass sie eigentlich ihre legendäre Power absorbieren möchte. Das ist nämlich eine von den Fähigkeiten, die Agatha hat. Sie kann die Macht anderer Hexen in sich aufnehmen, wenn sie von diesen Hexen angeschossen wird oder angegriffen wird. Und es gibt dann natürlich einen großen Marvel-Style-Endkampf in WandaVision, den Agatha allerdings verliert. Ja, weil Wanda eben keine gewöhnliche Hexe ist. Sie ist eine unfassbar legendäre Hexe, die Scarlet Witch, die scharlachrote Hexe der Legende. Und Agatha wird besiegt. Sie wird von Wanda dann dazu verflucht, weiter als Serienfigur Agnes in diesem Ort eben zu leben und sich nicht mehr daran zu erinnern, dass sie eigentlich eine Hexe ist. Ja, und das ist so die Backstory, die man noch so präsent haben sollte, wenn es hier mit Agatha all along losgeht. Maurice, wie geht denn die Serie los? Bevor die Serie losgeht, müssen wir natürlich noch an die Character Assassination von Wanda denken, die bei Doctor Strange 2 passiert ist. Und zwar ist dann jegliche Charakterentwicklung aus dem Fenster geschmissen und sie dreht einfach durch, weil sie hat nämlich von Agatha doch das Buch gestohlen. Das Darkhold, genau. Genau, das Darkhold, das Buch, was alle mächtigen Magier, also zumindest die, die halt nicht davor zurückschauen, ganz dunkle Magie zu nutzen, an sich gerissen. Und wir haben halt gedacht, ah, sie behütet das und studiert das, um irgendwie die Welt besser zu machen. Aber nein, Wanda ist leider davon. Sei böse Wanda. Ja, sie wird korrumpiert und reist durchs Multiversum um ihre Kinder, die nämlich in WandaVision ja angedeutet wurden, oder die man auch gesehen hat. Und ja, quasi mit dem Tod von Wanda kann man halt auch sagen, da knüpft eigentlich dann die Serie an, weil die Serie startet einfach, wie man das kennt, als eine richtig krasse Crime-Serie, inspiriert von dänischen Krimiserien. Und dort sehen wir dann eine Agatha, so wie wir sie vorher nicht gekannt haben, als quasi so eine True Detective durch, weiß ich nicht, also wirklich mit dem Leben so ein bisschen durch und so, ah, mein Polizistenjob ist mein Leben. Aber irgendwas stimmt nicht, denn überall, wo sie hingeht, sieht sie Sachen, die andere Leute nicht sehen oder es passieren wunderliche Dinge. Und es taucht eine Person auf, verkörpert von Aubrey Plaza, die irgendwie ganz anders als alle anderen Leute in der süßen Stadt mit ihr umgehen, die nämlich ein bisschen mehr Real Talk. Und irgendwie haben die beide Vergangenheit und wir wissen ja eigentlich, also das ist jetzt kein Spoiler, dass Agatha, was sie da gerade durchlebt, dass das nicht der Wahrheit entspricht, sondern offensichtlich eine Illusion ist. Aber wie kann halt dieser Bann gebrochen werden und wie kann Agatha wieder zu sich finden, darum geht es eigentlich in der Serie. Denn die Serie, die ist ja benannt wie das Lied, was ja dann sehr kultig durch alle Social-Media-Dinger gegangen ist, als der große Reveal kam, dass Agatha hinter allem steckt, nämlich Agatha all along. Wird sie relativ schnell zum sympathischen Anti-Heldin mutiert, die halt einfach Instant-Sympathie trägt, obwohl wir ja eigentlich sie hassen müssten, weil sie echt ganz schön böse war in WandaVision. Aber das fand ich halt sehr faszinierend, dass man Instant so ist, ach ja, die ist halt so ein bisschen Anti, aber das ist cool. Und Haha, die ist auch quirky und halt gespielt von Catherine Hahn, richtig ausgesprochen, hoffentlich, die ja eh eine krasse Schauspielerin ist, so gut verkörpert, dass halt in dem Moment, wo sie, das hat man ja schon in den Trailern gesehen, irgendwann bricht sie aus dieser Crime-Serie aus, mit ihren Handgesten und so, was sehr Hexenhaftes hat, was so im besten Sinne an viele von den 80er und 90er Jahren Hexen-Klassiker erinnert, wo immer große Schauspielerinnen sehr coole Hexen gespielt haben und man ist so instant auf ihrer Seite, obwohl man sie ja eigentlich hassen müsste. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann den Charme der Serie ausmacht. Andi, es taucht ja dann relativ früh ein komplett neuer Charakter auf, wo gerade das Internet ganz heiß rätselt, wer denn dieser Charakter wirklich sein könnte oder was sein Geheimnis ist. Absolut, das ist nämlich der Teen, gespielt von Joe Locke. Das ist so ein Typ, der sieht erstmal aus wie ein Emo, recht schnell wird klar, dass er unsere Agatha nicht ohne Grund aufsucht, denn er ist scheinbar total der Hexen-Fan. Er war schon mal also im falschen Reddit unterwegs und hat sich scheinbar sehr intensiv mit der Witchcraft beschäftigt und hat sie halt eben sehr gezielt aufgesucht. Er will irgendwas von ihr, er möchte letztlich von ihr lernen. Er hat so ein kleines Büchlein, wo er sich diverse Dinge notiert, auch immer so quasi so Zauber-Hexen-Sprüche und so. Also der Typ, der hat voll Bock und irgendwas ist aber komisch an dem, denn, sagen wir mal, das, glaube ich, wird in den ersten beiden Folgen schon klar, immer wenn er von sich selbst berichtet, dann wird das so ausgeblendet oder unhörbar gemacht, sowohl für uns als Publikum als auch für alle Hexen. Denn irgendeine Form von Zauber-Bann ist auf ihm, beziehungsweise er ist damit belegt, sodass zumindest Hexen und in dem Fall dann eben auch wir als Publikum, nicht in der Lage sind, irgendwas über ihn, über seine Vergangenheit herauszubekommen. Wir wissen also eben nicht, wie sein Name eigentlich ist, wo er genau herkommt und was seine Motivation ist, weil genau das immer ausgeblendet wird. Und letztlich ist es ein Teil des Mystery-Aspekts und Miträtsel-Aspekts dieser Serie herauszubekommen, wer Teen eigentlich ist. Und, liebes Publikum, ihr habt jetzt schon mitbekommen, dass da recht viel drin ist. Also wir starten erstmal in dieser anderen Welt, in dieser Thriller-Welt, in dieser, sie ist eben Polizistin und da kommt dann auch diese von Aubrey Plaza gespülte Figur hinzu, die ist dann fett, also eine FBI-Agent und so. Und das ist wiederum, wird dann irgendwann aufgelöst und wir fühlen uns dann, das passiert alles in der ersten Folge, recht schnell natürlich auch an WandaVision erinnert, wo das ja auch so gewesen ist, das glaube ich sogar in den beiden ersten Folgen oder waren es sogar die ersten drei, recht klar wird, okay, irgendwie ist hier unsere Figur in so einer komischen, nennen wir es mal doch Zauberwelt gefangen. Und dieser Bruch dann, dieser Wechsel in die, wenn man so will, echte Welt innerhalb des MCU, echten Welt, der ist dann faszinierend. Weil zum einen kann ich sagen, dass dieser Aspekt mit, wir sind in einer anderen Welt, irgendwas ist ein bisschen komisch. Man trägt andere Kostüme, also Klamotten, die Figuren sind anders zurechtgemacht und geschminkt. Und das ist ein Aspekt, der zieht sich durchgängig durch diese vier Folgen, so viel kann man an der Stelle mal verraten. Auch wenn der Hintergrund dessen, warum das so ist, der wechselt nochmal im Laufe der Folgen. Aber eine Sache, und da möchte ich gerne wieder anschließen an das, was ihr gesagt hattet, weil ihr jetzt auch die ganzen Bezüge zu den vorhergestehenden Film und Serien hergestellt hattet. Irgendwann ist unsere Agatha, Agatha nenne ich sie jetzt, ohne dass wir das einen Knoten in die Zunge bekommen, ist sie am Start, sie ist quasi sich selbst bewusst geworden, läuft durch ihr Dörfchen zum Nachbarn, auch nackt. Muss auch mal sagen, bis Catherine Hahn auch wirklich, trotz ihres Alters, und die ist nicht mehr Mitte 20, wirklich beeindruckend gut aussieht. Was natürlich nicht zur Sache tut, ganz wichtig. Nein, aber generell muss man mal sagen, dass die Kostüme teilweise wirklich den Protagonistinnen sehr schmeicheln. Das sind viele schöne Frauen unterwegs. Dass ich ein bisschen noch überrascht war, wie eigentlich die Situation innerhalb von Westview, heißt das Dorf, eigentlich ist. Hassen die Agatha eigentlich? Wird da eine Teilschuld gegeben? Oder aber nicht? Das hat mich ein bisschen irritiert. Wie war das für euch? Ja, also mich hat es generell wirklich irritiert. Ich hätte mir sehr nochmal so einen ganz kurzen Recap gewünscht, wie WandaVision eigentlich ausgegangen ist. Weil nach drei Jahren einfach so eine Serie hinterherzuschießen und davon auszugehen, dass sich Leute noch an Details erinnern, ist man schon überzeugt von der eigenen Continuity. Ja, die Leute im Dorf, das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie stehen die eigentlich zu Agatha? Es scheint aber, so wie der ein Nachbar von ihr das ausdrückt in der ersten Folge, dass sie sie eigentlich so ganz nett fanden und sie haben sie so unterstützt. Die war so in ihrer eigenen Psychose gefangen. Ich glaube, die ganzen anderen Leute aus Westview sind eigentlich wieder frei von Wandas Zauberspruch. Was übrigens eigentlich eine ziemlich brutale Sache war. Also wenn man sich nochmal die letzte Folge von, oder die letzten Folgen von WandaVision anguckt, die Leute haben da ja auch gelitten. Also die waren ja teilweise irgendwie monatelang in irgendwelchen Rollen gefangen. Das war ja Psychofolter. Oder haben ihre Verwandten nicht richtig gesehen oder irgendwie Kinder waren eingesperrt. Wanda hat da schon was ganz schön Schreckliches abgezogen. Und auf die psychologischen Folgen davon wird aber hier auch nicht eingegangen. Das wird eher so als Gag gespielt, dass man, ja, Agatha war halt irgendwie jetzt in ihrer eigenen Polizeiserienpsychose gefangen und alle haben so ein bisschen mitgeholfen und haben hier irgendwie Essen gekocht oder wann für sie einkaufen wird, glaube ich, gesagt. Also die wird eher so als, ja, special, aber nette Nachbarin behandelt von den Leuten, die da noch geblieben sind. Übrigens, wer bleibt da eigentlich wohnen in so einer Stadt, in der man vorher gewaschen wurde? Was sind das für Freaks? Ja, ich glaube aber, dass man da halt sich gegattert hat, da ist man noch in Sicherheit, weil in New York brechen halt alle paar Monate alle Hochhäuser in sich zusammen und die Avengers scheißen so ein bisschen auf Collateral Damage. Ich glaube, ach komm, weißt du was? Jetzt bei mir hier wohnen, wahrscheinlich ist auch die Preise für die Häuser stark gesunken, da konnte man noch ein bisschen einkaufen und so. Aber ja, es hatte so ein bisschen diesen Vibe wie dieses eine Dorf, wo diese ganzen dementen Menschen leben, die dann so total betödelt werden von den anderen Bewohnern. Aber ja, es war so ein bisschen off, weil man halt wirklich, wie du schon meintest, Heiko, eigentlich war das halt richtig heftig. Ich kann halt verstehen, dass die halt gar nicht wissen, was mit Agatha los ist, aber das hat mir halt so ein bisschen gefehlt, dass die, die haben ja nur Scarlet Witch als Bösewicht wahrgenommen und haben halt gesehen, die hat halt irgendwie gegen irgendwen gekämpft. Und dann war halt einfach Agatha halt da, die jetzt Agnes oder schon immer Agnes war und haben ja mit der ja auch interagiert. Und wahrscheinlich denken sie einfach, dass sie ja mit zu den Leuten gehört, die halt auch da gefangen waren oder so. Aber irgendwie war das so ein bisschen plottholig im Sinne von, ach ja, wir überspringen das einfach schnell. Denkt nicht so viel darüber nach, sondern habt lieber Spaß damit, mit was nämlich diese Serie ist. Und das wäre nämlich so meine Frage an euch. Was wäre so euer Pitch, wenn jetzt jemand fragt, ist diese Serie mehr wie Charmed? Ist die irgendwie wie Buffy? Was ist das für eine Art von Serie eigentlich? Was ist das Genre? Naja, es ist auf jeden Fall, das entwickelt sich zumindest in den ersten vier Ausgaben, so eine Art Road-Movie-Serie. Das kann man schon sagen. Es ist auch nicht zu viel verraten, dass wir sagen, okay, wir haben hier diverse Hexen, die auftreten. Agatha klöppelt sich ein Team zusammen. Jede einzelne Hexe oder zumindest jeder einzelne Mitglied dieser Gruppe, nennen wir sie mal, hat auch ihr eigenes kleines Päckchen zu tragen. Und die müssen halt jetzt in irgendeiner Form zusammen interagieren und mehr oder weniger ein Ziel verfolgen. Darum geht es. Es geht darum, die Figuren kennenzulernen. Also ganz klar eine Character-Driven-Serie. Die eigentliche Handlung ist nahezu irrelevant, zumindest innerhalb dieser vier Folgen. Und ich wäre auch förmlich überrascht, wenn in irgendeiner Form irgendeine Konsequenz für das rechtliche MCU hier noch zu erwarten ist. Auch ob wir, und wir kennen ja wie gesagt nur die ersten vier Folgen, ob wir Agatha nochmal in irgendeiner Form in einer Interaktion mit Wanda sehen werden, auch das würde ich zum aktuellen Zeitpunkt doch stark bezweifeln. Also es ist eine relativ vom MCU, wie ich finde, recht losgelöste Serie, Roadtrip-Serie und halt ein wundgemischtes Zauberteam, muss ich zusammenschließen, um was auch immer für ein völlig irrelevantes Ziel zu erreichen. Das wäre, glaube ich, so der Ansatz, wie ich es versuchen würde zu erklären. Mit eben auch diesem Ansatz, mit diesen Welten-Dingen, was wir aus WandaVision kennen, aus den ersten Folgen, dass die immer wieder in andere Welten tauchen, zumindest für einzelne Episoden. Ja, ja, das ist also, das stimmt, das haben sie versucht so ein bisschen aufzugreifen. Insgesamt ist es meiner Meinung nach eine Horror-Comedy und das, es macht auch Spaß, ne? Also es ist ein bisschen Grusel dabei, aber in keinster Weise zu viel Grusel. Das haben sie ja bisher noch nie gemacht im MCU, wirklich, wirklich düster und gruselig zu werden. Das ist so auch ein bisschen auf dem Level oder sogar unter dem Level von Werewolf by Night, was sie ja, was war das, vorletztes Jahr, glaube ich, als Halloween-Special gebracht haben. Aber es, für mich wird die Serie ganz stark getragen von dem Charisma von Catherine Hahn, bei der, es macht einfach Spaß, ihr zuzugucken, wie sie diese Agatha-Rolle noch mal ein Stück weit humoristischer, komödiantischer anlegt, als es noch bei WandaVision war. Ich hatte jetzt den direkten Vergleich, weil ich mir gerade noch mal ihre Szenen angeguckt habe. Die macht schon, die geht schon deutlich stärker auf Comedy jetzt in ihrer eigenen Serie. Und das macht Spaß. Also ich finde es, sie wickelt einen direkt um den Finger. Diese ganzen anderen Hexen, ihr Coven, den sie sich da um sich scharrt, der macht auch Spaß. Die haben alle gute Chemie miteinander. Und ich bin bereit, mit ihnen weiter auf Wanderschaft zu gehen und zu gucken, wo sie am Ende rauskommen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass Agatha ja gar keine Kräfte mehr hat. Das ist ja auch eine Sache. So endet ja WandaVision, ist also auch kein Spoiler. Sie hat keine Powers mehr. Und darum geht es natürlich, dass sie ihre Hexenkräfte zurückhaben möchte. Genau, das ist auch die übergeordnete Mission, weshalb sie halt überhaupt erst loszieht. So viel sei verraten, denn es ist nämlich für Hexen, also was wir ein bisschen mehr erfahren, ist wie Magie funktioniert und wie Hexen funktionieren in der MCU und wie halt auch historische Hexenmomente aus unserer Welt in der Marvel-Welt neu interpretiert werden und was da eigentlich wirklich passiert ist. Also wer so ein Sucker dafür ist, wird da viel Spaß haben. Denn es geht darum, dass halt Hexen nämlich die Möglichkeit haben, auf einen Pfad, quasi auf eine Pilgerpfad zu gehen, wo sie Prüfungen bestehen müssen, um nämlich dann einen Wunsch erfüllt zu kriegen. Und dieses Ansammeln von Misfits und dieses Stolpern von einer Situation in die nächste macht halt wirklich Bock, weil halt jede Folge thematisch coole Elemente aufgreift und dadurch auch eine Parallele zu WandaVision natürlich hat. Es wird auch ganz süß, am Anfang von Agatha All Along wird irgendwie, glaube ich, gesagt, dass die Serie basiert auf irgendeiner dänischen Serie, die dann so ähnlich klingt wie WandaVision, aber halt irgendwie dänisch geschrieben, was ich sehr lustig und albern fand. Aber im besten Sinne, und dieses Losgelöste vom MCU tut der Serie, glaube ich, ganz gut. Es ist halt natürlich, es gibt genug Fingerzeige irgendwo hin, aber es ist halt nicht irgendwie die ganze Zeit. Also ich sage jetzt genau das Gegenteil von dem Spoiler-Alert zum Penguin-Podcast. Es ist interessant, wie wenig Verbindungen es zu anderen Sachen gibt und es lässt die Charaktere gerade sehr frei atmen. Ich weiß nicht, wie viel wir noch quasi sagen können über die Serie, ohne zu spoilern, aber vielleicht so zum Einordnen könnte man ja so ein bisschen darüber reden, weil das finde ich ja mal ganz spannend, wer denn Agatha eigentlich ist und wo sie herkommt. Also für so Leute, die so Bock haben, mehr über Agatha und ihren Coven zu erfahren, was man da machen müsste. Und wenn ihr mir erlaubt, würde ich ein bisschen abnerden. Ja, gerne. Du Comic-Verlagen kennst und so, da hast du ja, glaube ich, auch ein bisschen was vorbereitet. Ja, also was ja ganz lustig ist, dass ja Agatha in ihrem Ursprung gar kein klassischer Wanda- oder X-Men-Charakter ist oder Avenger-Charakter, sondern sie hat ihren Ursprung bei den Fantastic Four als Babysitterin von dem Kind von Reed und zu Richards. Also es ist ganz lustig. Und entgegen der Marvel-Serie startet sie auch nicht als Bösewicht. Also sie ist eigentlich eine von den Guten. Sie hat halt damals gegen Nazi-Hexer gekämpft, hilft halt den Fantastic Four gegen Anilus zu fighten, bildet Scarlet Witch aus. Also eigentlich ist sie ein ziemliches Gegenteil von dem, was sie in der Serie ist. Und wie so oft, also ich weiß nicht, wer sich an die Wacking-Crew aus, ich glaube, Jessica Jones erinnert, wo ja auch alle Charaktere ganz anders aussahen, als in den Comics, wo ganz andere Charaktere hatten, ist es halt einfach so, dass sich auch diese Serie abermals eigentlich nur an Namen bedient und einfach diesen Vorteil nutzt, den halt Marvel hat. Von wegen, ey, es gibt hier so viele Charaktere, wir nehmen lose Inspirationen, aber es liest ja eh kaum einer die Comics. Wir machen damit, was wir wollen und das wird dann der neue Kanon. Also das sieht man dann halt auch in anderen Medien, also weiß ich nicht, in Marvel Snap, was ja dieses Trading Card Game online für Marvel ist, dass halt auch die Standardkarte von Agatha Harkness, die hotte, junge Agatha und nicht die Agatha, wie sie in Comics ist, die ist nämlich fucking alt. Und das ist ja so eine Sache, die wir beim MCU beobachten können, ist eigentlich, dass jeder Charakter, der in den Comics über 50 ist, mindestens runtergeschraubt wird auf maximal 40 und es muss halt irgendwie etwas haben, wo, ja weiß ich nicht, so dieses Stiflers-Mom-Syndrom so ein bisschen durchleuchtet, also so, dass halt irgendwelche Leute halt das auf jeden Fall attraktiv finden können, weil wer hätte jemals gedacht, ich weiß nicht, als ihr früher die Comics gelesen habt, dass Tante May so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird. Ja, genau, also und nicht immer wie bei Sam Raimi betend an einem Bett kniet, bis irgendwie so eine Kopflikbombe explodiert. Also es ist schon ganz lustig, wie anders sie ist. Ganz wichtig, aktuell in den Comics spielt Agatha gar keine Rolle mehr. Sie ist auch mehrfach getötet worden und mehrfach reinkarniert. Also man wusste ab einem gewissen Punkt nicht mehr ganz genau, was man mit ihr macht. Ganz wichtig, sie wurde erschaffen von Jack Kirby. Stan Lee steht auch natürlich irgendwie wieder mit da drunter, aber wir wissen ja, wie das so ist bei Stan Lee und Marvel-Figuren. Der hat sie angeblich alle erfunden. Was wir aber einfach mal sagen können, ist, dass halt alle anderen Hexen, die vorkommen, auch basieren auf Charakteren, aber auch da sehr lose interpretiert. Die eine ist nämlich zum Beispiel eine von den Hexen aus Atlantis und ich kann jetzt schon mal so viel sagen, das wird so nicht erwähnt, zumindest bis jetzt. Die andere ist eigentlich Polizistin, ist sie in der Serie auch nicht. Also es sind alles Namen, die, wenn man die Comics gelesen hat, wo man sagen kann, ah, okay, cool, ah ja, cool, kenne ich. Aber es wird für euch nie einen echten Leonardo DiCaprio Pointed at the Screen Moment geben, weil alle eigentlich jemand anderes sind oder halt zum Beispiel im Fall von Aubrey Plaza auch ein Genderband-Charakter sind. Also jemand, der eigentlich früher männlich war und jetzt weiblich. Aber alle haben sie ein bisschen was gemeinsam und zwar alle hatten irgendwann noch mal was mit bösen Zauberern zu tun, die sich halt alle so durch deren Abenteuer zieht und das wird halt noch mal interessant, ob wir halt nämlich Mordo zum Beispiel noch mal wieder sehen, der ja auch in dem zweiten Doctor Strange Film wirklich tragisch, finde ich, nicht gut genutzt wurde, weil man ihm ja im ersten Teil richtig gut als Antagonisten aufgebaut hat. Und was wir auf jeden Fall auch mitkriegen ist ja, dass es in dieser Welt viele Hexen gibt, also sehr viele. Und ich bin ein bisschen gespannt, was das mit dem magischen Marvel-Universum macht. Aber erstmal kann ich einfach sagen, wenn ihr jetzt Bock habt, loszurennen und ein Marvel-Comic zu lesen über Agatha, muss ich euch hart enttäuschen. Es gibt aktuell kein Agatha-Comic und das ist auch ganz interessant, weil eigentlich ist es ja immer so, dass Comics sehr schnell versuchen, so eine Synergie herzustellen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Nick Fury ist halt plötzlich nicht mehr ein weißer Typ, der mal in einem Film von David Tesloff gespielt wird, sondern auf einmal sieht er halt in den Comics halt auch aus wie Samuel L. Jackson. Und das haben sie halt hier ausnahmsweise ausgelassen, was ich ganz interessant finde. Also, was man aber so mitkriegt, ist auf jeden Fall, dass die Chemie auch beim Cast super gut ist. Das war jetzt ja gerade die Premiere und Aubrey Plaza wurde damit der Aussage konfrontiert, die, glaube ich, ein reines Marketing-Buzz-Ding war, dass diese Frage gestellt wurde, von wegen, dass es die gayste Marvel-Serie bis jetzt ist. Und Aubrey Plaza hat gesagt, ja, hoffentlich, weil deswegen hat sie da mitgespielt. Dabei kann es gar nicht die gayste Marvel-Serie sein, weil wir wissen doch alle, dass eigentlich die größte Romanze eigentlich zwischen Cap und Bucky Barnes eigentlich besteht. Und da warte ich immer noch auf die Adventures. Cap ist mittlerweile im Joe-Biden-Alte, also im MCU. Ich weiß nicht, ob das noch vollzogen wird, diese romantische Beziehung. Too late, ja, ja, das ist sehr fahrschönen. Aber ja, das war mein kurzer Nerd-Exkurs. Also ein Charakter, über den wir jetzt mal auf jeden Fall alle spekulieren können, weil da wissen wir alle gleich viel, ist halt Teen. Und vielleicht erinnert ihr euch das noch, ich habe ja auch Freunde bei den Podcast-Kollegen vom Paperback-Podcast und die haben ja damals Wanderwischen auch jede Folge besprochen und deren große Spekulation war ja, dass Mephisto hinter allem steckt. Und dieser Name oder zumindest, ich sag mal so, Brotkrumen zu diesem Charakter werden ja auch hier in dieser Serie gelegt. Aber nach Wanderwischen und die Enttäuschung beim Paperback-Podcast war sehr groß, weil diese Serie ja sehr viele, ich sag mal, Red Herrings gelegt hat. Von wegen, kommen jetzt etwa die Kinder vor und gibt es jetzt eine Connection zu Quicksilver, dass die, und kommen die Mutanten und ist jetzt das alles und am Ende war es einfach nur so ein Furzwitz, der halt einfach so eher gezeigt hat, haha, ihr Nerds, ihr interessiert euch für irgendwie größere Connections. Das ist eine Serie darüber, wie es einfach jetzt einen weißen Vision gibt. Und ja, ich hab so ein bisschen Angst reinzuspekulieren, aber wer könnte eurer Meinung nach Teen sein? Also ich hab eine Theorie. Ich weiß nicht, ob wir nochmal eine Spoiler, ob wir hier nochmal einen kurzen Spoiler, Warnung aussprechen müssen. Wenn ihr gar nicht spekulieren wollt, wenn ihr überhaupt nichts zur Serie weiterhören wollt, dann macht mal vielleicht jetzt nochmal eine Pause und liked den Podcast auf eurem Podcatcher oder woher ihr das hört. Okay, Spoiler, Spoiler, Warnung ist raus. Meine Theorie ist, es ist nicht, also meine Theorie ist, es ist irgendwie einer von Wonders Söhnen und zwar, ich glaub, Billy? Ja. Der, der auch in den Comics zu Wiccan wird? Wiccan, ja. Ja, genau. Wie das Timeline mäßig und Universums mäßig möglich ist, vielleicht ist es irgendwie eine Multiverse-Sache, was auch immer, aber ich würde mir wünschen, dass er im Endeffekt ein Wander, ein Maximoff-Sohn ist aus einer Parallelwelt oder was auch immer und er halt deswegen auch diesen Zauber auf sich hat, dass er das, um ihn einfach zu schützen, weil Wander war ja da doch recht negativ konnotiert am Ende ihrer Karriere, und damit niemand irgendwie ihn angreift, hat er dieses Sigil auf sich und niemand darf wissen, wie er wirklich heißt und was seine Backstory ist und ich hoffe ja so ein bisschen, weil es ist eine meiner Lieblings-Tropes, wenn der ehemalige Feind sich um deine Kinder kümmern muss, weil, Piccolo und Gohan. Genau, Piccolo und Gohan aus Dragon Ball und ich fände es toll, wenn Agatha sich halt um die Ausbildung von Wanders magiebegabten Sohn kümmern muss. Das wäre eine schöne Redemption für sie. Voll. Hm. Ja. Das war zu toppen jetzt. Ganz ehrlich, ich bin ja auch, was die Marvel-Vorlagen angeht, alles andere als Firmen, da kenne ich mich nicht so aus, ehrlich gesagt, und insofern ist das eine Spekulation, an der ich eigentlich nichts Sinnvolles beitragen kann. Wir wissen am Ende der vierten Folge, wer es vermutlich nicht ist, aber auch das ist eigentlich trotzdem noch möglich. Da geht es um Agathas Vergangenheit und Starcold. Also letztlich, keine Ahnung, ich würde da jetzt ungern spekulieren wollen. Also ich wäre auch nicht überrascht, wenn das jetzt wirklich einfach irgendeine x-beliebige Person ist, die halt irgendwie den falschen Spell im falschen Zauberbuch gelesen hat, die überhaupt gar keinen Bezug zu irgendwas hat und einfach nur aufgrund einer Dummheit jetzt letztlich, ja, wie gesagt, dann das falsche Ding gelesen hat und jetzt nicht sagen kann oder man kann nicht verstehen, wo sie herkommt. Also quasi ein Niemand ohne irgendeinen Bezug, auch das würde mich nicht überraschen. Ich habe noch die Theorie gelesen, dass er Mephisto ist, der halt versucht, Agatha auf dem falschen Pfad zu führen. Aber natürlich, es kann halt nicht immer Mephisto sein. Das ist einfach so, bei jedem neuen Marvel-Projekt ist so, ist das etwa Mephisto? Haben sie nicht Mephisto angekündigt, tatsächlich für die Ironheart, Serie, die noch kommen soll? Ja, 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 habe ich auch gelesen und da bin ich sehr gespannt, wie das alles zusammenkommt. Aber was du ja da wichtig sagst mit Ironheart ist, was deine These ja unterstützt ist, ein Projekt, was sich ja im Himmel abzeichnet, ist ja, wir haben sehr viele junge Helden in den letzten Serien introduced gekriegt und auch Filmen und Wiccan ist ja auch einer von den New Avengers. Ah ne, ist er nicht? Ist er bei den New Avengers? Oh mein Gott, doch ist er. Bei den Young Avengers, oder? Ja. Young Avengers, ja, New Avengers. Also auch wenn er das in den Comics wäre, muss es ja nicht bedeuten, dass er das im MCU nicht sein kann. Also das ist ja wirklich relativ groß groß inzwischen alles. Aber sie sollten unbedingt sowas machen wie Young Avengers und sie sollten natürlich da auch die ganzen coolen Kids reinpacken, die sie alle schon introduced haben. Kate Bishop, Miss Marvel. Ja, ja, das wird kommen. America Fair. Alle rein, bitte. Absolut, ja. Und Hulkling nicht zu vergessen. Skull, Skar, irgendwas mit S heißt der doch, gell? Da haben wir doch irgendwas, hast du nicht irgendwas mit S? Ach so, der echte Sohn von Hulk. Ja, ja, genau. Stimmt. Den wir auch, stimmt, introduced haben. Oh mein Gott. Genau. Na ja. Kam der echte Sohn jetzt schon vor? Ich bin völlig verwirrt. Moment mal. Es kam ein Sohn vor, ja, es gibt einen Hulk-Sohn, der ist am Ende von, ich glaube, She-Hulk, genau war der da. Relativ verscheiden animiert. Aber war das nicht jemand anderes? Das war doch, der heißt anders. Das ist Skorn. Skar. Skar, Ska, irgendwas. Okay. Liebe Grüße an Simba. Gut, insofern würde ich hier einfach auch mal jetzt einen großen Haken dran machen wollen, Jungs, denn wir können uns natürlich noch ewig über Dinge unterhalten, die zum einen ein Spoiler sind, zum anderen auch irgendwie rein spekulativ. Und deswegen würde ich uns reihrum doch mal um ein kurzes Fazit bitten zum Ersteindruck der ersten Folgen von The Gather All Along. Und da dringel ich mich einfach mal rein. Das ist eine, ich finde, recht kurzweilige, nette Serie aus dem MCU. Sie tut niemandem weh. Sie drückt einem Themen, die beim Publikum, damit meine ich nicht mich, denn ich mochte das, aber bei dem breiten, doch recht konservativen Marvel-Publikum nicht gut ankamen. Nämlich alle im weitesten Sinne Woken-Themen sind hier trotz der Aussage, dass es sich um die gayste Serie von allen handelt. Insgesamt finde ich einfach nicht so drin. Ja, okay, wir haben halt vor allem Frauen hier im Zentrum der Handlung. Das ist, wenn überhaupt, schon das Vocalste an der ganzen Serie, denn das hier und da mal eine Figur gay ist und das wird uns so präsentiert, okay, hat aber jetzt eigentlich überhaupt gar keine größeren Konsequenzen, ganz im Gegenteil oder Auswirkungen. Es ist einfach nur ein Teilaspekt. Ich finde, das ist eine locker, flockige, kurzweilige Serie ohne irgendeinen relevanten Bezug zum MCU. Ob da noch irgendeine Überraschung kommt, ob wir die Figuren noch mal sehr viel näher kennenlernen, das werden wir alles noch sehen, aber man kann die schon entspannt genießen und vor allem auch empfehlen. Wir haben hier letztlich recht sympathische Figuren in diesem Team, das Agatha da zusammenbaut. Die Chemie stimmt, die Kostüme sehen im Regelfall echt gut aus, muss man wirklich mal sagen, die werden alle toll inszeniert, also auch die Frisuren und so, das Make-up, das sitzt wirklich, das ist top, das gefällt mir und wenn mir das auffällt, dann ist das schon mal eine gute Sache und es wird auch gesungen und auch wenn man das komisch und schräg und gringy finden kann, muss ich sagen, dass zumindest wenn das erste Mal gesungen wird, da ist mir als altem Chorknaben echt so ein bisschen, das hat mir gefallen, das ist mehrstimmig und das ist schön, das gefällt mir und davon würde ich gerne mehr hören und insofern von mir eine grundsätzliche Empfehlung für Agatha All Along ab dem 19. September auf Disney+. Lieber Heiko, was ist dein Fazit zu den ersten Folgen? Also die ersten vier Folgen reichen für mich weder visuell noch jetzt irgendwie spannungsmäßig an WandaVision ran, das muss ich klar sagen, aber es ist eine sympathische Cast, Catherine Hahn ist fantastisch, es ist bald Halloween, ich bin jetzt schon in minimaler Gruselstimmung, also werde ich mir auf jeden Fall auch Agatha All Along anschauen, ich glaube man macht nichts verkehrt, man darf nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie der große neue Grundpfeiler der Marvel des MCUs wird, einfach mitnehmen als schönes Halloween Special und ich bin trotzdem gespannt, was hinführt und ob am Ende es nicht Agatha All Along war, sondern Mephisto All Along, grundsätzliche Empfehlung, ja, klar. Ja und ich würde sagen, also jetzt bin ich ja der Letzte in der Runde, der hier noch seinen Zauberspruch aufsagt, um euch zu bezaubern, dass ihr diese Serie guckt, ich kann einfach nur sagen, wenn ihr halt kleine Hexen-Fans seid und halt irgendwie so nur ein bisschen so dieses Gefühl von Kameradschaft und gleichzeitig dieses Konkurrieren unter Hexen und sich backstabben und das alles irgendwie unterhaltsam findet und irgendwie auf Magie steht, werdet ihr sehr bedient, weil es ist halt genau, es ist sehr Comic-mäßig, also es ist eine von den Marvel-Serien, finde ich, die sehr Comic-mäßig erzählt ist und das ohne irgendwelche Tropes komplett auszuschlachten, die wir jetzt schon 16 Mal gesehen haben bei Marvel, sondern im besten Sinne und man hat einfach direkt Bock zu sehen, oh, was passiert denn denn jetzt in der nächsten Folge und was müssen die jetzt untereinander auch klären, es hat einen geilen Ensemble-Charakter, ich bin mega huckt, also ich habe richtig Bock auf die Serie und das war ich schon lange nicht mehr, also ja, Empfehlung, reinschauen. Ganz genau, ich habe die Tage auch so Gerüchte gelesen, dass es durchaus die Möglichkeit für Elizabeth Olsen auch geben könnte, sie hätte wohl Interesse als Wanderer Maximoff zurückzukommen und naja, es ist ja grundsätzlich auch nicht ausgeschlossen, dass man eine so beliebte Figur, die auch so mächtig und wichtig ja auch insgesamt ist, zumindest in den Comics, dass wir die noch mal wiedersehen werden, ob sie jemals auf Agatha treffen wird, auch das muss ich noch zeigen und insofern, liebes Publikum, gebt uns gern mal Bescheid, wie ihr die ersten Folgen der Serie findet, gebt uns dieses Feedback auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens oder gern eben auch bei uns im Community Hub, einem Discord-Server, den ihr findet unter tele-stammtisch.de dort könnt ihr mit uns ja einfach über die Serie sprechen, tut es mal und meldet euch, wir haben Bock auf euch, sag ich mal. Jungs, war wieder mal schön, war kurz und schmerzlos und falls euch gefallen hat, liebes Publikum, was ihr gerade gehört habt, dann kommt ihr um die Recaps zu The Penguin auf jeden Fall nicht drum herum. Vielen Dank. Nein, die sind viel länger und noch viel nerdiger, also, sehr viel. Wenn du das gefallen hast. Sehr viel. Oh mein Gott, oh, haben wir Zeug für euch. Da kenne ich auch mal die Comic-Vorlage halbwegs, das lese ich übrigens gerade, aber dazu später mehr. Nice, tschüss. Alles klar. Bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.